Quacket, do it again? Ja! Und damit herzlich willkommen zu den Crazy Dudes. Und hallihallo, wir spielen heute Put It In. Und nein, das ist kein schlecht gedrehter Porno. Das ist Minimal. Ich hätte mir nur Lust drauf. Und wir spielen natürlich Two Players, denn wie ihr schon gehört habt, ist... Da kriegen wir das Telefon, ja auch lustig. Ist MC Niklas Player One-Character? Bist du Player One oder Player Two? Du bist Player One, mein Freund. Und dann nehmen wir mal den netten Kerl hier. Player One M, das ist Nick Fried, ganz klar. Nick Fried? Nee, Nick Ries. Oh, okay. Und Player Two-Character ist... Darfst du ihn auch gerne mal binnen nennen? Schnappst du da draußen? Ich muss mich raushalten. So, also wir spielen. Ich fang an. Wie spiel ich das so platzieren? Ich hab ja so zurecht liegen. Ja. Siehst du, zu wie viel Prozent Kraft nimmt? Andere Richtung, andere Richtung. Hä? Ich hab das Spiel auch schon mal gespielt. Ja, du bist auch ein Suck. Wieso? Du bist wann, oder? Ja, Nickers? Das bist du, ne? Dann spiel ich. Ball One, Pair Two. Ja, das ist ja ein Grund. Der war schlecht, wie ich sag. Der war gut. Achso, ich muss... Achso, ich dachte, das andere ist aus. Guck mal. Einmal wegen gleich aus, weil es wegen... Oh, was ist das denn? Hast du nie laufgepascht, den Füchschick? Wie brav ich da auf der Bank sitze? Gämpflemann. Ich weiß nicht, reicht das? Oh Gott! Nee, weiß nicht. Hast du in real life für dich jetzt auf die Bahn springen? Was machen wir denn jetzt? Ja. Ich spiel's mit Bande da. Ich muss mir das reinfuchsen. Wenn ich fuchse. Schaffst du nicht, schau. Oh, vorbei, wo oben wird es. Booty, 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 booty. Ja, Stubbelbogen. Wie sieht's aus? Oh, wir haben da schöne 18 Löcher. 18 Löcher, das wird auch nicht... Das kann man ja schön in zwei Teile aufschwitten. Das können wir in zwei Teile aufschwitten. Das ist die Idee. Du bist. Achso, ich bin ja... Ich weiß ja nicht, wie dann... Ja, müssen wir mal gucken, ne? Müssen wir mal gucken. Saufer kann rausfliegen. Oh Gott! Oh Gott! Was war das denn? Alter! Loll! Wer war drin? So macht man das so? Ja. Jetzt hätt ich das schon geübt. Machen wir mal nach. Ja, vergiss ich. Am wenigsten zeig ich ein paar. Ja, was denkst du? Das sind immer die Dinger, die man nicht reinhaut. Was ist das? Digga. Wie steht... Score 1... 1... Was zeigt das hier an, wo ich bin? Ich verstehe das immer nicht. Pertus... Ja, du bist unter... Bin ich jetzt besser, oder bin ich... Du bist eins... Wir sind beide eins schlechter als... Ah, insgesamt. Wie viel habe ich insgesamt jetzt? Fünf. Und du bist auch fünf. Ja. Ah, so. Jetzt hat Klinger es bei mir. Nick Friedfengern. Das bin ich. Hallo. Da kann ich nicht durchspielen, ne? Wahrscheinlich. Würden wir sagen, gib mal. Tolle Kanne hier, oder? Ja. Ne? Chantin schon. Und das ist... Das ist doch... Ist das denn? Die Wahrheit ist schon wieder... Aber erst mal bin ich auf dem Wind nicht gut, oder bin ich gut? Ich weiß es nicht. So sieht er übrigens auch mal echt aus. Ja. Und ich auch so... Nee, 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 nee. Takerl. Oh Gott! Ja, ich geh dann mal, ne? Sag mir einfach Bescheid, wenn du eingeloggt hast. Bitte. Ins Wasser. Kein Stress. Du hast alle Zeit der Welt. Mach mal in Ruhe. Oh. Ist die Fontäne, die realistisch wird? Warte mal, ich spiele mal kurz. Ja, das ist die Idee. Ja, das war zu lange. Och Gott, Leute. Da frage ich mich, was machen die eigentlich, wenn die trainieren? Ich denke, du hast das schon so oft gespielt. Wissen ist die der Pro. Ja, ist aber schon lange her. Nikas oder Nikri bei den Crazy Dudes. You can do it better. Ja, das sag ich immer auch. Du bist jetzt genau auf dem Pro. Hint, please place the mouse over the arrows to the sides of and hold them to see to slide it. Ach so. Wofür Preuß das ist bei der Bahn? Ja. Nikrit hat ihn dann gebläst. Und dann würde ich sagen... Oh, der Rechner findet mich schon wieder böse anzuschnaufen hier. Na gut. Ah, das ist doch jetzt... Ach komm. Ich geh gleich noch in die Wache. Ich geh ja schon zu Hause. Der dritte Holen wollen wir folgen, meine Freunde. Völlig warm ist er eigentlich. Warum? Das kann ich jetzt auch. Ja, okay. Was war das denn? Sand? Ach so. Das ist Sand. Ich dachte, das wäre braunes Wasser. Ich spiel jetzt mal kurz. Kackwasser oder so. Dümpfel. Okay. Was? Ich hab noch nicht mal gedrückt. Der war gut, aber... Ja. Digga, was soll denn das Schild? Guck mal. Ah, jetzt. Warum werden wir denn jetzt weniger? Der Computer ist immer nur so schlau wie sein Bediener, ne? Ja. Ja. Ja, jetzt geh da rein. Also, ich bin jetzt gut. Du bist besser. Und du bist jetzt... Nicht so gut. Mittelmäßig. Gut. Hey, kann ich jetzt... Du musst in eins von drei lächern spielen. Eins davon geht direkt ins andere Loch. Also, es geht ins... Und welches ist jetzt the right one? Ja, keine Ahnung. Ach so, die beiden geht auch noch weiter, ne? Die kommen dann da so rein. Eine... See. Now I have still... Ich wollte schon... Ich weiß, wo rein ich bin. Ja, du hast das ja auch schon zehnmal gespielt. Nee, ich weiß das ja nicht mehr. Und der jetzt, das ist doch... Und das ist... Ja. Der war nicht drin. Der war nicht drin. Also, rein... Ja, rein nicht... Kann ich auch nicht jedes Mal machen. Ich muss ja auch noch einen Hauch einer Chance haben. Ich muss mal da rein spielen. Okay, dann war das der dritte. Naja, ist klar. Werde dann, weil du das steckst. Oh, der geht vorbei, geht er vorbei. Nee, der geht rein. Ist das geil. Ja. Du machst das Spiel hier irgendwie... Der Druck ist jetzt minimal auf dir. Und... Gut gemacht, gut gemacht. Ja, ich bin so... Auch mal ein bisschen auf bei mir. Oh, wir sehen. Was findet das? Noch. Jetzt ist es tricky. Kann man nicht für einen... Für einen crazy, du? Der... Das... Ja, ich wollte... Oh, ich wollte... Ja, guck mal rein. Ich hätte angehen können. Ich wollte mich schon aufwägen. Kannst du chill dir. Life is easy. Ich krieg das Leben nicht so hart. Ja, du, was ist das denn? Ich bin zwei Fingern schroren, da... Malstunde, jung. Ich sehe das, aber... Ich bin total. Jetzt sind wir jetzt beide an der gleichen Position. Das ist ja ultra... Echt? Weiß ich nicht, um das Fingern ja... Ja. Prr. Du hast das R so rollen wie bei den... Crazy dudes. Ja! Crack it, do it again. Ja! Cool. So. So. Noch. Hole sieben. Das ist bei mir. So sieht mein Wochenende aus. Da zähle ich auch die Löcher. Nein. Da schießt ein anderes Thema. Das ist jetzt wieder eins. Kommt da hoch oder wie? Ja. Hallo? Jo. Häng dich auf. Ist okay. Wohin warst du ja das Hintergrund? Boah. Ey, hast du froh, du kannst doch gar nicht sagen. Lass mich doch mal... Oh, das war ganz... Oh Gott. Nee, Krieg, Krieg, Krieg. Was machst du da noch? Also jetzt mach's besser? Mach's besser? Ja. Möjo. Okay, die Mitte war's nicht. Okay. 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 Und ich... Ja. Dann war's los vor, oder? Birdie, Birdie. People. Ach nee, ist halt die andere Birdie, ne? Ja. Halli, hallo. Wenn's da bergauf geht, dann muss man noch ein bisschen mehr Schmackes anwenden, ne? Ja, hab ich 100%. Mach's besser? Achso, hast du denn? Ach, nee. Nee, weißt du? Liebe Freunde. Liebe Crazy Dudes, bin ich jetzt hier in einem Leistungsziel verfallen? Was ist das? Ja. Sag. Hier zieht du 100% aus, oder ist das zu viel? Und? Was war das denn? Das war cool. You can do better, ja. Hast du auch ordentlich verloren. Ich meine, 18 zu 20, ne? Ist das aber, du hast immer noch zwei mehr. Liegt das auch richtig? Jo. Jo. Wo fangen wir da an? Da fangen wir jetzt hier an. Das sind aber nicht die originalen Wettbewerbsbahnen. Das kenne ich schon nicht. Irgendwas anders. Das finde ich ein bisschen schade. Da liet am Realistik das Spiel. Gut. Na, bitte. Du sorgst wenigstens immer für eine kleine Wasserparty hier. Also weiter geht das? Was sagen wir? 35% 35% ist eine schöne Zahl. Und das geht rein. Da ist der Birdie wieder besser. Ja, Heidewitzgang. Heideröschen. Och komm, dieses Kackwasser. Tu mir mit deiner Wasserparty dann. Wasserpatschee. Feucht, ne? Das ist halt gerade gut. Wieso bist du denn jetzt? Achso, ich war schon drinnen. Und die Bahn. Neun. Da müssen wir erst mal gucken, wo es da überhaupt geht. Ach, da geht es hin. Das heißt. Gut. Dann flasen wir den Ball da an. Wir lassen den netten Kerl da kommen. Ich habe nicht das böse Endwort gesagt. Irgendwann musste mir das ja noch in den Wert zuschütteln werden, wenn es reingegangen hat. Aber gut. So ist das. Heideröschen, das ist nix, das ist nix, das ist nix, das ist Heideröschen. Scheiß, die Wand. Ich muss jetzt von der Heideröschen. Ach, du heilige Kugladenkappe. Nee, nee, nee. Du darfst auch gar nicht so akribisch hingucken, das wird nix. Das sieht schon nett. Der Torwart im Ansatz, der steckt gerade. Bitte. Oh, oh. Oh. Da wollte ich nicht Drow hin. Das wäre auch nicht perfekt gewesen. So, jetzt ist er wenigstens. Toll. Ja. Ach. Was war das denn? Ich habe gar nichts gedrückt. Wie von Geistern. Wie von Geistern. Also, so schnell hätte ich gar nicht reagieren können. Oh, wenn der wieder dann... So, jetzt muss ich ja mal hier, ne? Kann ich auch mal ein bisschen aufholen. Wenn MC Nigel... Gott. Nick Fried, Nick Fried, Nick Fried. Das machst du nicht so gut. Nein, nein. Oh. Nein, der Winkl war gespielt. Sehr gut. Och, Freunde. That's enough, ja. Dann würde ich sagen. That's enough. Gleichstand. Gleichstand. Na ja, würde ich sagen. Neun Runden haben wir gespielt. Die anderen Neuen seht ihr, wenn ihr das nicht mehr entscheidet, bei den Crazy Dudes. Crack it, do it again? Ja! In diesem Sinne würde ich sagen, hau rein. Was müssen wir noch sagen? Liken, teilen, favorisieren. Abonnieren. Abonnieren nicht mehr vergessen und kommentieren. Natürlich, wir freuen uns über jeden Feedback. Bis dahin. Tschüss, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.